Hey ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin's Elina. Hallo zur dritten Folge des Podcasts fühle ich mein Mental Health Podcast mit Das Ding vom SWR. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder am Start seid und dass ich auch am Start bin und jetzt das dritte Mal schon zu euch spreche. Um zu wissen, worum es in dieser Folge geht, widme ich mich mal wieder dem Bullshit Bingo. Da ziehe ich immer so ein paar Sprüche aus einer ganz netten Schale für alle, die es gerade nicht sehen können und lese so ein paar Bullshit-Sprüche vor oder Vorurteile zu dem Thema, was ich damit gleich antiesen werde. Und ich steige einfach mal direkt rein. Lächel doch mal. Ja, toll. Okay, Spruch Nummer zwei. Zehn Jahre später. Ich verstehe wirklich nicht, was du dir dabei denkst, wenn du so herumläufst. Bisschen zu freizügig, wenn du mich fragst. Ja, danke. Dich hat keiner gefragt. Ach, ich muss es kurz aus der Hand legen. Okay. Spruch Nummer drei. Jetzt macht irgendwie ein bisschen Spaß, diese Linksys zu öffnen. Es fühlt sich ein bisschen, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, Leute. Es fühlt sich an, als würde man so ein Überraschungsei von früher öffnen. So ein Kinderschokoladen-Überraschungsei, da musste man doch auch immer so ein Plastik links öffnen und dann war da so eine kleine Überraschung drin. So fühlt sich das an. Deshalb weckt das so schöne Gefühl in mir. Naja, du bist aber mutig. Du trägst ja gar keinen BH. Ja. Auch danke wieder für diesen Kommentar. Das waren die Bullshit-Bingo-Sprüche zu der heutigen Folge. Und zwar geht es in der heutigen Folge um Kommentare von anderen. Nein. Darum, was andere wohl über uns so denken, beziehungsweise was denken eigentlich andere über mich. Nochmal an euch da draußen. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir auch gerne eure Bullshit-Bingo-Sprüche zu diesem Thema oder zu dem nächsten Thema, was ich dann anteasern werde. An fühle ich at dasding.de, fühl mit U-E. Ich glaube, diesen Gedanken von, oh Gott, was denken die bloß über mich? Wie urteilen die über mich? Finden die mich cool? Finden die mich uncool? Ich glaube, dieses Gedankenspiel, das kennen wir alle ziemlich gut. Zumindest viele von uns. Ich kenne das auf jeden Fall sehr gut. Und was natürlich in meinem Job zum Beispiel nicht ausbleibt, ist, dass einfach sehr viele Menschen ein gewisses Bild von mir haben. Vielleicht sehen sie in mir auch einfach immer noch diesen Kinderstar. Vielleicht sehen sie in mir einfach eine arrogante junge Frau. Man weiß es nicht. Es gibt ein paar random Leute, die auch gerne mal über mich urteilen oder über mich vielleicht auch reden im Internet oder natürlich auch in echt. Ich glaube, wie ich eben schon meinte, das Gefühl, egal welchen Beruf man hat oder in welcher Phase des Lebens man sich gerade befindet, aber dass andere Menschen über einen sprechen, mag schon mal vorkommen. Und diese Gedanken von, ja, was denken jetzt meine Klassenkameraden, was denken meine Arbeitskolleginnen, wenn sie alleine einen Kaffee trinken gehen ohne mich, was würden sie so über mich erzählen? Und was ich mich auch manchmal frage, ist, wenn eine Person aus meinem engeren Freundeskreis gefragt werden würde, wie sie mich beschreiben würde, dann denke ich schon drüber nach, okay, was würde diese Person wohl sagen? Wie würde sie mich beschreiben? Und all diese Gedanken enden ja wirklich in der Frage, was denken andere über mich? Wie komme ich rüber? Ich glaube, da passiert sehr, sehr viel im Kopf, wenn wir uns diese Fragen stellen, weil man ja auch nicht immer eine konkrete Antwort darauf hat. Man fragt ja jetzt auch nicht gleich jede Person, die man trifft, so, äh, ja, was hältst du eigentlich von mir? Was sind denn so deine Gedanken zu mir? Wie findest du denn, komme ich rüber? Sondern man malt sich ja viele Sachen tatsächlich auch einfach im Kopf aus. Und ich persönlich zum Beispiel male mir dann sehr gerne irgendwelche Worst-Case-Szenarien aus, dass mich irgendwie, dass ich gar nicht gut ankam, dass die Leute mich gar nicht mögen, dass ich nur nerve zum Beispiel, dass ich, ja, weiß ich nicht, der Urlaub cooler gewesen wäre ohne mich zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken auch. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, warum es uns eigentlich so wichtig ist, zu wissen, was andere über uns denken. Und das hat mir der Psychologe und Podcaster Lukas Klaschinski beantwortet in einer Memo, die ich jetzt abspielen werde für euch. Wir als Menschen sind soziale Wesen und das liegt an unserer evolutionären Vergangenheit. Früher, vor 10.000 Jahren, als wir in der Gruppe gelebt haben, war die Gruppe entscheidend dafür, dass wir überhaupt überlebt haben. Und da war es eben auch wichtig, was andere über uns denken. Denn wenn sie schlecht über uns gedacht haben oder uns nicht mehr mochten, konnte das zum Gruppenausschluss führen. Und das hat dann eigentlich immer unseren sicheren Tod bedeutet. Wir sind in der Savanne verhungert, verdurstet oder in irgendeiner Form gefressen worden von einem Wildtier. Und dieser Instinkt, dass die Gruppe unser Überleben sichert, der ist noch heute in uns, überträgt sich auf die Jetzt-Zeit. Das heißt, dann kann es manchmal dazu kommen, dass wir denken, okay, wenn ich dieses Meeting bei der Arbeit nicht richtig halte, wenn ich die Präsentation in der Schule irgendwie versemmel, wenn ich bei der Uni irgendwas sage, was die anderen blöd finden, dann kann es zum Ausschluss aus der Gruppe führen. Das ist kein bewusster Prozess, aber deswegen denken wir so häufig darüber nach, was andere über uns denken, obwohl es heute gar nicht mehr so entscheidend ist für unser Überleben. Aber das Gefühl ist geblieben, dass der Ausschluss aus der Gruppe den Tod bedeutet. Danke, Lukas. Was mich ebenfalls interessiert hat, ist, wie kann es sein, dass es manchen Menschen anscheinend total wichtig ist, was andere von einem denken und dass wir da aber so unterschiedlich sind, denn anderen ist es vielleicht weniger wichtig, beziehungsweise scheint es so. Und das hat Lukas mir auch noch beantwortet. Und wenn jemand ganz, ganz viel damit beschäftigt ist, zu denken, was denken die anderen, kann es helfen, Kameraschwenk zu machen. Das heißt, sich mehr auf das Außen zu fokussieren und mehr in Interaktion zu kommen. Mal zu fragen, hey, wie geht es dir, wirklich zuhören, was die anderen sagen und nicht immer bei sich sein und zu gucken, okay, was könnte hier gerade passieren, was könnten die anderen über mich denken. Eine zweite Sache, die man sich bewusst machen darf, ist, ich denke ja schon die ganze Zeit über mich nach und was die anderen über mich denken könnten. Das heißt, die anderen sind wahrscheinlich nicht damit beschäftigt, die ganze Zeit zu denken, okay, der ist blöd und der macht da was Komisches, sondern die denken wahrscheinlich auch, oh, was denken die anderen gerade über mich. Also sie sind genauso mit der gleichen Sache beschäftigt, wie ich gerade. Und ich finde, wenn man sich das mal ins Bewusstsein holt, schafft das ein bisschen Erleichterung. Menschen ticken unterschiedlich in der Form, wie sicher sie sind in der Interaktion mit anderen, weil wir alle haben das unterschiedlich in unserem Aufwachsen gelernt. Manche hatten Eltern, nach denen sie sich sehr richten mussten, die vielleicht nicht häufig genug da waren, wo sie sehr um die Aufmerksamkeit buhlen mussten. Und dann kann es passieren, dass wir, wie wir in der Psychologie sagen, ein überangepasstes Verhalten an den Tag legen. Das heißt, uns sehr, sehr stark nach den anderen richten und nicht wirklich nach dem, was wir möchten. Und in diesem Verhalten können wir auch unsere Bedürfnisse vergessen. Das heißt, wir sind eigentlich wie ein Fähnchen im Wind und gucken immer, was denken die anderen über uns, weil wir das in unserer Kindheit so gelernt haben, mit unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen. Und bei anderen, da waren die Eltern oder Bezugspersonen einfach da und da musste man nicht um die Aufmerksamkeit buhlen, da musste man auch nichts Spezielles dafür tun, um gesehen zu werden. Und die haben dann besser auf ihre Bedürfnisse hören gelernt. Das ist aber nichts, was in Stein gemeißelt ist, was wir nicht verändern können, wenn wir älter werden. Wir brauchen dann ein anderes Bewusstsein und müssen darauf achten. Danke erstmal, Lukas, an dieser Stelle. Was auch interessant für euch sein könnte, ist, dass Lukas in der nächsten Folge live dabei hier sein wird als Gast. Darauf freue ich mich schon sehr. Dann kriege ich noch mehr solcher tollen Antworten hoffentlich. Was ich sehr interessant finde, ist, dass er ja gesagt hat, dass wenn man die ganze Zeit so überangepasst lebt, man so ein bisschen den Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen verliert. Und das ist auch etwas, was ich bei mir schon spüren konnte, definitiv, und was viele von euch vielleicht kennen. Und dass man dann auch, manchmal habe ich so Sätze gesagt wie, weil Leute sagen dann so, ja, hör doch einfach auf dein Bauchgefühl. Und ich habe dann manchmal schon so Sachen gesagt wie so, ja, habe ich nicht mehr. Also mein Bauchgefühl ist verwirrt. So, ich weiß nicht, was ich fühle. Ich lerne gerade auch immer besser, wirklich wieder zu spüren, was ist so der erste Gedanke, was ist das Erste, was ich denke. Wie fühlt es sich in mir drinnen an, wenn ich sage, ja, ich mache bei Let's Dance mit oder nein, ich mache nicht bei Let's Dance mit. Was sind da die Gefühle, die wirklich in mir hochkommen? Was bedrückt mich, was bedrückt mich nicht? Wo habe ich das Gefühl, das könnte mich glücklich machen? Oder wo versetzt es mich nur in Angst? Und diesen Touch wieder zu seinen Gefühlen zu finden, oder wenn man ihn auch hat, einfach darauf zu hören, ist, glaube ich, wie Lukas schon sagt, sehr, sehr wichtig und kann dann definitiv auch dabei helfen, dass man nicht mehr ganz so abhängig davon ist, was jetzt andere wirklich von einem denken, dass man da nicht 24-7 drüber nachdenkt und in so Gedankenschleifen festhängt. Als Person des öffentlichen Lebens erlebe ich es natürlich, gejudged zu werden. Ich bin eh ein Mensch, der sehr viel darüber nachdenkt, habe ich ja schon gesagt, was andere wohl so von mir halten mögen. Und ich glaube, auch ein Stück weit war das schon immer so. Ich kann mir aber auch vorstellen, für mich persönlich, beziehungsweise ich bin mir sicher, und ich habe ja auch in der letzten Folge darüber auch schon gesprochen, dass das mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit definitiv noch ein bisschen verstärkt worden ist. Aber wenn ich so an die elfjährige Lina zurückdenke, weiß ich auf jeden Fall, dass es ihr sehr, sehr wichtig war, wie sie rüberkam beim allerersten Schultag auf dem Gymnasium damals. Ich weiß sogar, es war mir so wichtig anscheinend, dass ich noch ganz genau weiß, was ich anhatte. Und in welche Kurse ich dann so gegangen bin und wie gut habe ich mich in meine allerersten Französischstunde geschlagen. Kam ich clever rüber? Ich hoffe doch. Das sind alles so Dinge, an die ich mich erinnere, weil ich, glaube ich, schon immer irgendwie tatsächlich sehr darauf bedacht war, dass andere gut von mir denken. Und man natürlich in seinem Leben einfach damit konfrontiert wird, dass viele Leute etwas über einen denken, in der Schule oder im Beruf oder auch im Privaten. Und es kann auch nicht immer alles nur gut sein. Also es wird immer mal Kritik auf einen zukommen und man wird immer Meinungen ausgesetzt sein, mit denen man erst mal lernen muss, umzugehen. Kommen wir zu der Wake-up-Call-Kategorie, wo ich ja mit euch immer bespreche, was so ein Punkt ist, wo ich gemerkt habe, dass das wirklich ein Thema ist, womit ich mich vielleicht mehr beschäftigen sollte oder was mich einfach super doll beschäftigt. Und an dieser Stelle habe ich da ein Most Recent Beispiel rausgesucht, weil ich mir dachte, ich kann euch natürlich auch meinen ersten Schultag nennen oder sowas, aber ich habe da tatsächlich etwas, was letztens erst passiert ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, spreche ich mal über diesen Moment. Und zwar poste ich ja doch relativ regelmäßig viele Videos oder Bilder auf Instagram und bin dann natürlich auch immer ganz gespannt, was halten denn jetzt die Leute davon. Und hoffe einfach, dass der Content natürlich irgendwie cool ist, dass er authentisch wirkt und dass es hoffentlich auch nicht ganz so verkopft wirkt, wie es manchmal ist. Kann ich aber auch hier zugeben, dass es das durchaus ist, dass ich eine Phase hatte. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja auch nicht vorbei, aber ich vor jedem Video, was ich poste, mir nochmal irgendwo Bestätigung hole, dass ich das ruhig posten kann, weil ich es einfach momentan sehr, sehr schwierig finde, das einzuschätzen, ob etwas lustig ist, ob etwas nicht lustig ist, ob man cool genug rüberkommt, ob man zu cool rüberkommt, ob es zu gestellt wirkt oder was auch immer. Unter anderem, weil immer mal wieder solche Sachen passieren, wie jetzt das Beispiel, was ich euch nennen wollte. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren schon mal ein Video hochgeladen und dazwischen halt hunderte andere. Aber unter diesem besagten Video waren dann auf einmal ganz viele Kommentare, wo so stand, ja, oh, dieses Video gibt mir mega die Pick-Me-Girl-Vibes. Oh, was ist mit Bibi passiert? Hä, was macht Lina da? Volle Pick-Me-Girl und dann so ein Ick noch dahinter und ich war damals so, ähm, was? Entschuldigung, ich weiß nicht, was meint ihr mit Pick-Me-Girl? Ich verstehe das nicht. Pickt man irgendwas auf oder so? Aber was ist der, was war ein Pick-Me-Girl? Ich wusste es nicht und deswegen habe ich es damals gegoogelt und die Definition, die bei Google rauskommt, ist tatsächlich, ich lese mal vor, eine Frau, die alles dafür tun würde, um die Anerkennung eines Mannes zu bekommen. Da war ich ein bisschen verwirrt, als ich das gelesen habe. Unter anderem halt auch, weil das Video ein Video mit Tillmann war, wo wir Kuchen gebacken haben und keine Ahnung, vielleicht wollte ich mehr Aufmerksamkeit von Tillmann, als er dem Kuchen gegeben hat. I don't know, was der Grund jetzt war, warum das alle darunter geschrieben haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich tue ja nicht nur alles dafür, dass mich jetzt irgendein Mann mag, sondern ich möchte einfach generell, bin ich ja anscheinend jemand, der wie sehr viele von euch wahrscheinlich natürlich das Bedürfnis hat, gemocht zu werden. Und ich bin jemand, die schon relativ lange relativ angepasst und people-pleasing-mäßig, glaube ich, durch die Gegend läuft auch. Dementsprechend, weiß ich nicht, kann ich das vielleicht auch eigentlich mit Humor nehmen und auch ein bisschen über mich selber lachen. Tillmann war halt auch noch in dem Video, deswegen fand ich das damals eigentlich einfach nur alles verwirrend und ich habe es auch online gelassen, egal wie viele Kommentare da wirklich relativ böse waren dann auch. Das Ding ist, jetzt hatte ich letztens wieder ein Video hochgeladen, so ein Get Ready With Me Outtake Video, wo mir einfach andauernd Sachen runtergefallen sind und ich es halt auch schon beim Aufnehmen lustig fand, dass mir die Sachen runtergefallen sind. Und dann stand wieder unter diesem Video so voll Pick Me Girl, boah, what happened to Bibi? Und keine Ahnung. Was da noch alles stand. Und die Comment-Section, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe es nochmal online gelassen für ein paar Tage, aber es wurde nicht besser. Und ich habe mich dann auch wieder dabei erwischt, dass ich mehrmals nachgeguckt habe und es wurde tatsächlich recht negativ. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die mich verteidigen, was ich irgendwie super süß finde. Und dann denke ich mir aber so, was ist das eigentlich? Was ist das für ein Ort, dass ich so ein blödes Outtake-Video hochlade und dann eskaliert es einfach in den Kommentaren, weil Leute darüber urteilen, dass ich irgendwie alles dafür tun würde, dass ich die Aufmerksamkeit eines Mannes bekomme. Zu keiner Sekunde habe ich bei diesem Video machen über irgendeinen Mann nachgedacht oder so. Ich habe einfach ein Video gemacht, wo ich mich schminke und wo mir Sachen runterfallen. Und ich konnte das irgendwie alles gar nicht so einordnen, auch für mich. Ich konnte diesmal auch nicht so richtig drüber lachen. Ich hätte gerne drüber gelacht. Ich hätte gerne einfach ein Stitch-Video gemacht und gesagt, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Harry Styles, pick me please oder so. Aber habe ich nicht. Ich bin damit nicht mit dem Coping-Humor durchgegangen. Ich habe mich tatsächlich an dieser Stelle dazu entschieden, das Video dann runterzunehmen, weil es mir einfach richtig wehgetan hat irgendwie. Und weil ich auch nicht wollte, dass mich da irgendjemand verteidigen muss, also auf meinem TikTok-Channel, der eigentlich, finde ich, ein positiver Ort sein sollte. Und natürlich ist es auch okay, Kritik zu äußern. Aber ich finde das einfach, das hat ja nichts mit Kritik äußern zu tun, sondern das ist sich über andere Menschen herablassen oder lustig machen und einfach Leute im Internet judgen. Das ist ein bisschen der Punkt. Dann sag es mir ins Gesicht, wenn du mich triffst. Oder meine Freundin soll es mir sagen oder was auch immer. Und ich glaube, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer vorherigen Folge gesagt, aber dass es einfach sehr wichtig ist, dass man so ein bisschen überlegt, was man im Internet schreibt, weil das schon auch echte Menschen lesen, was da so kommentiert wird. Nicht falsch verstehen, wenn es konstruktive Kritik ist, würde ich schon sagen, dass es einfach am meisten Sinne gibt, das einem persönlich zu sagen. Das ist natürlich über Internet-Followerschaften sehr schwierig. Aber wenn Leute Kritik an mich herantragen oder wenn Kritik an euch herangetragen wird auf eine angenehme und respektvolle Art und Weise, dann kann das natürlich auch sehr wertvoll sein oder es ist sehr wertvoll. Es ist auch super wertvoll, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und gewisse Situationen und Verhaltensweisen von sich selber vielleicht zu reflektieren und ein bisschen darüber nachzudenken, wie man halt durch die Welt geht. Das sind aber alles Sachen, finde ich, die haben sehr viel mit Respekt zu tun und wie man etwas äußert und so negative Comment-Sections, wo einfach nur Hate abgelassen wird, haben, finde ich, für mich nicht viel mit konstruktiver Kritik zu tun. Nichtsdestotrotz, wenn ich sowas lese, verrenne ich mich natürlich in Gedankenspielen und in sehr vielen negativen Gedanken auch und ich kann mir vorstellen, dass es euch auch so geht, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch was Negatives auf Instagram über euch lest oder wenn ein Elternteil euch sagt, sie sind enttäuscht von euch, weil ihr habt dies und das nicht gemacht oder wenn eine Freundin sauer auf euch ist oder ein Freund, wenn der oder die Vorgesetzte mit der Arbeit nicht zufrieden ist oder wie auch immer, wenn man von einem Geburtstag nach Hause fährt und das Gefühl hat, hm, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute waren angepisst. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Was denken die jetzt gerade über mich? Ich glaube, dass das eben wirklich ein sehr präsentes Thema ist und wie Lukas ja eben auch in der Sprachnachricht gesagt hat, ist es ja anscheinend auch sehr, sehr tief in uns verankert. Ich glaube, bei mir zum Beispiel persönlich hängt das wirklich auch viel mit Overthinking noch zusammen und um mal beim Englisch zu bleiben, noch mit, oder beziehungsweise ist es richtig Englisch, mit der Social Anxiety zusammen. Und ich frage mich, ob ihr das auch kennt und ob ihr es vielleicht zum Beispiel auch kennt, dass ihr nur mit ganz bestimmten Personen das Gefühl habt, ihr könnt wirklich zu 100 Prozent ihr selber sein. Also ich weiß von mir selber, ich habe so ein paar Personen in meinem Leben, sehr kleiner Kreis, aber da weiß ich, hier muss ich nicht die Sätze noch dreimal kurz überdenken, bevor ich sie sage, sondern hier kann ich einfach am Tisch sitzen, was essen und sagen, was ich fühle oder sagen, was ich denke. Ich kann hier traurig sein, ich kann auch mal einen Fehler machen, ich kann mich äußern und dann merken, oh, das war jetzt irgendwie gerade nicht so clever, was ich da gesagt habe. Man kann in Diskussionen gehen und man hat danach aber das Gefühl so, ich werde trotzdem geliebt und ich bin trotzdem irgendwie Teil um nochmal auf Lukas zurückzukommen, dieser Gruppe und ich werde jetzt nicht ausgeschlossen, weil ich mich mal nicht perfekt verhalten habe zum Beispiel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da so seinen Kreis zu finden oder seine Menschen zu finden, wo diese Angst, was Falsches zu machen oder nicht genug zu sein, ein bisschen runterfahren kann. Einfach einen Kreis an Menschen zu finden, wo diese, wie verhalte ich mich gerade, wie komme ich gerade rüber, Gedanken leiser werden und das ist für mich auf jeden Fall ein Teil, der, wenn ich merke, ich bin gerade in so einem Umfeld, mich manchmal dann sehr beruhigt, weil man natürlich auch dann so seine kleine Komfortzone findet, wo ich dann ja persönlich auch relativ schnell wieder ängstlich werde, dass ich sie verliere, aber für den Moment, wo ich merke, okay, hier bin ich safe, hier kann ich einfach Lina sein, scheiß drauf, was die 200 Leute da unter diesem Video geschrieben haben, ich bin hier ich und ich bin genug, das ist ein schönes Gefühl und ich wünsche mir für euch, dass ihr das finden könnt, bei welcher Person auch immer. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Learnings, als einfach so seine Go-To-Personen zu finden, die mir über die Zeit oder über die Jahre und auch in meinem Job, aber auch innerhalb von meiner Therapie aufgefallen sind, was dieses Thema betrifft. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch auf dem Weg, das herauszufinden, weil ich in sehr, sehr vielen sozialen, Social-Situationen definitiv wie auf Glasscherben laufe oder drumherum laufe, weil ich nicht reintreten will, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen oder mich falsch zu verhalten und deshalb tatsächlich da vielleicht noch gar nicht so weit bin, wie ich mir das gerne wünschen würde, weil ich manchmal vielleicht auch durch vieles anpassen und durch vielleicht manche Grenzen gar nicht so richtig setzen können und manche Bedürfnisse, auf die ich gar nicht so richtig in mir höre, manchmal tatsächlich auch gar nicht weiß, was jetzt gerade meine eigene Meinung ist und dann auch in einer Diskussion recht schnell entwaffnet werde, weil ich merke so, ich kann hier gerade gar nichts verteidigen, weil ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher. Durch das ganze Nachdenken, was die Konsequenzen von dem jeweiligen folgenden Satz sein könnten, bin ich mir eigentlich auch gar nicht mehr sicher, was ich sagen wollte. So, ich verliere dann oftmals den Faden, weil ich so viel darüber nachgrübel, welche Konsequenzen es mit sich tragen könnte, wenn ich gewisse Dinge sage oder gewisse Gefühle äußere. Das heißt, an manchen Stellen bin ich da noch nicht so weit, aber ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg und was Social Media für mich betrifft, ist es eben, dass ich über die Zeit gelernt habe, gewisse Kommentare nicht zu lesen. Lustig eigentlich, dass ich das genau bei diesem Get Ready With Me Video dann seit langer Zeit mal wieder gemacht habe, aber vielleicht auch, weil ich es geahnt habe. Ich habe es geahnt. Ich habe geahnt, da kommt irgendwas um die Ecke. Kann ja nicht gut gehen. Und normalerweise lese ich aber jetzt nicht so viele Kommentare. Ich nehme dann immer nur so Stichproben und scrolle auch so ganz schnell, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas Negatives stolper. Oder zum Beispiel, man liest sich die Kommentare mit Freunden zusammen durch, wenn ihr da auf Social Media zum Beispiel auch unsicher sein solltet. Manchmal ist es aber auch okay, wenn man Dinge einfach löscht. Manchmal ist es zum Beispiel auch okay, wenn ihr auf eurem Profil Dinge hochladet oder hochgeladen habt und dann nach einem Jahr merkt, so, oh, nee, das ist mir voll unangenehm. Löschen. An eurer Stelle, ich würde es einfach löschen. Wen interessiert es, wenn euch dann jemand anspricht, so, hä, warum hast du das gelöscht? Voll dumm, man löscht doch Sachen nicht. Ja, doch, wenn man sich damit umwürfelt, kann man das auch löschen. Und nichtsdestotrotz ist es aber auch okay, dass man das mal cool fand und gepostet hat. Und aus meiner Erfahrung heraus sollte einem das zumindest niemand noch so lange nachtragen. Was ich in der Therapie für mich gelernt habe, da kommt man nochmal so ein bisschen auf die, auf diesen Safe Space zurück, den ich gerade mit meinen Freunden genannt hatte und den ich ja auch immer hoffe, innerhalb dieser Community kreieren zu können. Dass man eben einen Safe Space hat oder sich aufbaut. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass wirkliche Freunde bleiben. Also, dass man Leute findet, die da sind und die auch verzeihen können. Genauso wie man sich auch selber hier und da mal verzeihen muss. Man kann nicht immer alles perfekt sein. Man muss auch nicht immer perfekt sein. Man muss auch nicht immer die intelligenteste Person im Raum sein. Man muss nicht immer die bestgelaunteste Person im Raum sein, um tiefe Verbindungen mit Menschen einzugehen. so, das ist völlig okay, mal, wenn das, wenn das Bild, was man sich so im Kopf ausmalt, was bitte unbedingt alle von mir haben sollen, wenn das bröckelt. So, weil das bröckelt bei allen und eigentlich ist es auch erst dann richtig authentisch, wenn man etwas sagt, ohne zu lange drüber nachgedacht zu haben. Wenn einfach mal was aus einem rausplatzt, wenn man irgendwie was total lustig findet und das kenne ich auch von mir, wenn ich was lustig finde und ich fange dann einfach an, loszulachen, dann ist auch der erste Gedanke nach dem Lachen und dann ist es so, oh Gott, voll unangenehm, dass ich gerade so krass gelacht habe. Was, wenn das gar nicht lustig war? So, aber es ist eigentlich okay. Ich fand es lustig. Warum soll ich da nicht lachen? Und meistens ist ja die Erfahrung auch, dass die Leute mitlachen und sich freuen, dass man es lustig fand. Außer man lacht jetzt jemanden aus, das sollte man vielleicht nicht machen. Aber das kreiert ja auch zum Beispiel, Lachen kreiert ja zum Beispiel auch eine schöne Stimmung. Wichtig finde ich, ist es, dass man sich auf die Leute in seinem engen Kreis verlassen kann, dass man sich da Menschen sucht. Ich finde es auch wichtig, auch wenn man davor Angst hat, dass man gewisse Gedanken vielleicht tatsächlich mal auch anspricht. Also sich der Angst auszusetzen, sich mal Feedback auch einzuholen, aber eben zum Beispiel auch, um vielleicht auch mal die Bestätigung zu kommen, es war jetzt gar nicht so schlimm, wie du denkst. Zum Beispiel, dass man nach einer Party mal fragt, so hey, findest du, ich habe mich da falsch verhalten oder bin da falsch rübergekommen? Und dann wird schon eine ehrliche Antwort hoffentlich kommen. Und meistens denkt man, glaube ich, so wie Lukas auch in seiner Memo gesagt hat, viel, viel mehr über sich selber nach, als andere Leute tatsächlich über einen nachdenken. Also das versuche ich mir auch immer zu sagen, wenn ich irgendwie bei einem Geburtstag oder zum Beispiel an Silvester am Tisch saß, mit sehr vielen anderen Leuten und auch mit Leuten, die ich noch gar nicht so gut kannte teilweise, saß ich da auch und war total verunsichert und habe so meine Nudeln gegessen und war so, ah, wie esse ich hier gerade? Bei welchem Thema kann ich mich einbringen, ohne dass ich irgendwie vielleicht weird bin? Kann ich einfach so sagen, was ich denke? So wie ist der Vibe so? Oh Gott, wir spielen jetzt auch noch Activity. Okay, das lädt richtig krass dazu ein, dass hier ein leichter Kontrollverlust herrscht. Aber wenn man dann mal rauszoomt, dann müsste man ja eigentlich auch merken, so erstens sind die Menschen vielleicht auch mit sich selber hier und da beschäftigt, genauso wie man gerade selber mit sich selber beschäftigt ist. Außerdem, was ich auch immer wichtig finde, auszupointen ist, dass ich persönlich zum Beispiel an Silvester habe niemanden an diesem Tisch beurteilt, also negativ beurteilt oder gejudged oder gedacht, oh, das hätte ich jetzt nicht gesagt oder, hm, der isst aber komisch, seine Pizza. Also so ist es nicht. Ich finde, man malt sich das meistens total doll im Kopf aus und man kann sich dann aber manchmal selber dabei ertappen, dass man da hier und da, glaube ich, gerade übertreibt und vielleicht mal ein bisschen rauszoomen sollte und checken sollte, dass das gerade eine ganz schöne Situation ist und alles ist gut, die Menschen sind einem auch sehr wohlgesonnen, meistens. Man urteilt selber nicht so viel, also warum sollten die anderen jetzt gerade so viel urteilen? Das hilft mir oftmals tatsächlich sehr. So ihr Lieben, kommen wir zum Abschluss der Folge und zum Ask Lina. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ist es euch wichtig, was andere von euch denken und wenn ja, wie geht ihr damit um? Und ihr habt mir ganz viele Memos geschickt und wir haben hier eine ausgewählt und ich spiele die Frage beziehungsweise die Antwort auf meine Frage mal ab. Ich würde sagen, ich kann nicht sehr gut dazu zählen, dass ich mir sehr viele Gedanken darüber mache, was andere über mich denken oder was andere von mir denken. Ein sehr aktuelles Beispiel ist, ich habe Schule gewechselt nach den Sommerferien, klasse, alles schön und gut. Ja, ich habe mich am Anfang nicht getraut, mich mündlich zu beteiligen. Warum? Ich hatte Angst, dass ich irgendwas falsch sage, dass sie von mir denken, was ist das für eine? Ist die dumm? Oder so. Und ich hatte das auch jetzt gerade in Englisch oder in Englisch habe ich diesen Struggle immer noch, dass ich total Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen. Weil ich mir denke, oh mein Gott, was denken die dann von mir? Und ja, genau. Das kann ich auf jeden Fall und ich glaube, das können viele sehr gut nachvollziehen, weil generell finde ich auch diese Klassensituation fand ich auch schon immer auch als Kind schwierig, dass man sich irgendwie, dass auf einmal dann so 25 Leute einem zuhören und man soll jetzt was sagen und dann gerade noch bei einem Fach, was einem vielleicht nicht so liegt oder auch bei einer Fremdsprache, wo man vielleicht gerne was sagen würde, aber man weiß wirklich nicht, wie. Weil man es nicht aussprechen kann. Deswegen ist es sehr gut nachvollziehbar, diese Gedanken, die du da hast. Ich hatte das in Französisch zum Teil auch, dass ich mir, dass ich Aufgaben durchaus zum Beispiel hätte lösen können, aber ich mich nicht getraut habe, zu sprechen oder auch meine negative Erfahrung gemacht habe, dass mir dann gesagt wurde, ja, das hast du falsch ausgesprochen und seitdem traue ich mich zum Beispiel auch im privaten Umfeld nicht mehr zu sagen, dass ich noch recht gut Französisch spreche, weil ich einfach mich so davor scheue, weil ich denke, Gott, was ist, wenn ich es falsch ausspreche? Und ich glaube, was helfen könnte noch in der Schulsituation ist, dass wenn man den Mut aufbringen kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht ein sehr schwieriger Schritt ist, aber im Endeffekt einer, der sehr helfen könnte, wenn man sich zum Beispiel seinem Lehrer oder seiner Lehrerin an der Stelle anvertraut und versucht ganz offen damit umzugehen, dass man da ein Problem hat an der Stelle, dass man sich nicht traut, sich zu melden aus den und den Gründen und wie vielleicht damit umgegangen werden kann. Kann auch sein, dass es nicht der oder die Lehrerin direkt ist, sondern dann vielleicht eine Vertrauenslehrerin oder ein anderer Pädagoge in der Einrichtung, aber vielleicht wird dir dann gesagt, so hey, okay, das ist verständlich, vielleicht kann man es über Extraaufgaben lösen, also dass man zum Beispiel, ich hatte das auch mal in der Klasse, dass jemand dann einfach so eine kleine Extrahausarbeit quasi machen durfte, das war dann auch einfach, wo die mündliche Beteiligung nicht ganz so gut war und ich glaube generell, dass wenn man sich anvertraut, dass man dann das Gefühl hat, da hat man noch jemanden Verbündetes in der Klasse und jemand steht einem da zur Seite und ich hoffe beziehungsweise bin mir auch relativ sicher, dass die Reaktion positiv ausfallen sollte, wenn man selber auf die Lehrkraft zukommt und sagt, das und das ist der Fall, wie kann damit vielleicht umgegangen werden? Ja, ich glaube, das kann ein sehr hilfreicher Schritt sein, wenn man sich da anvertraut. Die nächste Frage wäre, wenn dir eine Frage gestellt wird und du dir nicht ganz sicher bist, ob du sie richtig beantworten wirst, sagst du dann lieber gar nichts? Ich muss sagen, ja doch, also in den meisten Fällen sage ich dann gar nichts oder ich rede mich auch gekonnt drumrum. Manchmal baue ich dann auch noch sowas ein wie eine Nachfrage, um so ein bisschen Zeit zu schinden, um nochmal zu überlegen, ob ich doch vielleicht antworten kann. Also sowas wie, hm, kannst du das nochmal sagen? So habe ich nicht gehört. Dann hat man nochmal so ein bisschen mehr Zeit nachzudenken. Aber ja, manchmal sage ich dann auch einfach nichts oder manchmal fange ich unnöflicherweise vielleicht ein anderes Thema an. Aber ich lerne das und das ist auch okay, weil irgendwann wird man an den Punkt kommen, dass man sich seiner selbst sicherer ist und dass man auch okay damit ist, wenn man vielleicht mal nicht die perfekte Antwort parat hat. Man kann auch eigentlich durchaus sagen, ey du, ganz ehrlich, auf diese Frage habe ich gerade nicht die passende Antwort oder kannst du mir bitte nochmal sagen, wie du das meinst? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Daran ist nichts verwerflich. Das ist völlig okay. Ich kann aber verstehen, wenn das unangenehme Gefühle auslöst und wir die erstmal vermeiden wollen. Aber auch an der Stelle ist es sicherlich hilfreich, wenn man versucht, da durchzukommen und sich nicht nur versteckt quasi. Schickt mir gerne eure Sprachmemo an fühlig-at-das-ding.de wenn ihr mögt für die nächste Fragerunde, die ich dann raus sende auf Social Media. Was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wenn dich etwas so stark belastet, dass du da alleine nicht rauskommst oder du sogar Mobbing-Erfahrungen machst, dann ist es völlig in Ordnung und sehr wahrscheinlich auch sehr wichtig, sich da professionelle Unterstützung zu holen. Hilfsangebote dazu findest du auch in den Shownotes. Ich verabschiede mich hiermit ganz, ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig weitergeholfen und ihr fühlt euch ein bisschen weniger allein hier und da vielleicht. Ich bin sehr aufgeregt auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge spreche ich über das Thema Body Image. Darüber habe ich tatsächlich ja auf Social Media auch noch nicht so viel gesprochen oder auch in Interviews. Deswegen wird das auch für mich eine sehr aufregende, intime und besondere Folge. Wie vorhin ja schon angekündigt mit Lukas Klaschinski. Seid gerne dabei, wenn ihr mögt. Und ja, alle Folgen von Fühlig findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne den Podcast, hinterlasst Bewertungen und Kommentare da, wo ihr den Podcast hört. Das war Fühlig, ein Podcast von Das Ding vom SVR, produziert von Auf die Ohren, redaktionelle Leitung von Das Ding, Wiener Nüying, Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren, Helen Schulte, Video und Schnitt Lukas Hambach, Audioproduktion, Indus Gupta und Jonathan Rauhe, Sounddesign, Milan Veil. Ganz liebe Grüße von mir, bis zum nächsten Mal. Und natürlich bekommt ihr auch diese Woche meine Podcast-Empfehlung der Woche. Wir sagen, das ist Duo Informale 2024. Wir kommen frisch und erholt an und freuen uns auf das, was kommt. Wir wissen nie, was kommt. Das ist das Geheimnis in diesem Podcast. Ich sag aber, für einen Podcast ist Meinung mittlerweile einfach ein bisschen dünn. Wir haben aber auch eine sehr smarte Redaktion, die uns jetzt hier gemeinsam mit Wissen und Fakten versorgen wird. An der Stelle würde ich jetzt gerne mal die Wissenschaft zu Rate ziehen. Platz 2 ist Deutsch und Platz 1 ist Anna. Nein, Mist. Ariane, du hast so mit deiner Kompetenz hier irgendwie gewuchert. Also Punkt 1 muss man sagen, wenn deine Frau sich scheiden lassen möchte, weil du ein Löwe bist und sie ein Fisch oder was das Beispiel war, dann wäre es vielleicht ganz gut, dass du dich scheiden lässt. Also das ist kompletter Bullshit. Das legt mich ja richtig auf. Weil ich denke, das kann es doch nicht sein. Irgendwer greift Deutschland an. Nee, das können sie leider nicht machen. Aber wir haben überhaupt nicht so viele Ruckis. Wir haben ein richtiges Problem. Ja, da haben wir beide jetzt. Du kleines Frettchen. Nach all dem, was ihr jetzt besprochen habt und was wir gehört haben, was wäre eure Antwort? Ich würde sagen, warum nicht?